Willkommen zum nächsten Video zu Blockiverse. Hauptsächlich habe ich das Spielermodell geupdatet. Vorher bestanden die Spielfiguren aus vielen einzelnen Modellen, die an ein Skelett angebracht wurden. Je nachdem, ob es ein Mann oder eine Frau war, waren die Modelle aktiviert oder deaktiviert. Babys waren komplett eigene Modelle. Das hatte damals den Vorteil, dass es technisch einfach zu erstellen war. Allerdings musste ich sehr viele einzelne Modelle erstellen und der Pflegeaufwand in der Engine und im Quellcode war sehr hoch. Außerdem war das Ergebnis nicht sonderlich schön. Im neuen System ist alles nur noch ein Modell, das man per Schieberegler von Mann zu Frau und von Kind zu Erwachsenen und allen Zwischenformen umwandeln kann. Der einzige temporäre Nachteil am neuen System war, dass ich lernen musste, wie man so ein All-in-One-Modell erstellt. Danach habe ich begonnen, Biome zu erstellen. Dazu schauen wir am besten in den Landscape-Tester. Dort gibt es jetzt horizontale Biome, die sich in Temperatur- und Niederschlagsbereiche einteilen lassen, sowie vertikale, zum Beispiel tiefer Ozean oder Landmasse. Die vertikalen Biome kann man hier wie zuvor einstellen. Für die Horizontalen muss man dieses Formular öffnen. Dort kann man den Namen des Bioms eingeben, der im Spiel sichtbar sein wird. Ein Wert, der angibt, in welchen Temperatur- und Niederschlagsbereichen das Biom existiert. Aus Zeitgründen kann ich hier nicht erklären, wie der Wert entsteht, aber man kann ihn ganz einfach berechnen lassen und kopieren oder umgekehrt. Zum Abschluss noch die Projektplanung bis Ende August. Bis zur nächsten Runde über Februar und März werde ich je drei Tage lang Pflanzen für die einzelnen Biome erstellen. Im Anschluss daran dasselbe nochmal mit Tieren. Danach sind eineinhalb Monate für eine Modding-API geplant. Der August ist dann für Tests reserviert. Die preisliche Planung sieht folgendes vor. Während der Testphase wird Blockiverse 10 US Dollar kosten, danach 20. Aktuell wären das ca. 8 bzw. 16 Euro. Das Spiel ist bereits auf Edge.io verfügbar. Vielen Dank fürs Zusehen.